So, mach das mal nach, wo ich hier liege. Gut. Es geht dir nicht mehr darum, Erster zu lernen. Achso. Moin, Leute, da sind wir wieder. Heute wieder mit Golfit. Wieder zu dritt. Timo ist leider immer noch verschollen. Mal sehen, wann er sich wieder blicken lässt. Eines Tages. Heute haben wir eine Map am Start. Da hat der P sich ausgesucht. Und zwar, die ist immer anders. Das heißt, so wie wir sie spielen, werdet ihr sie wahrscheinlich niemals spielen können. Oder mit viel Glück. Ich werde natürlich heute wieder gewinnen. Wie immer. Ja. Und dann würde ich sagen, wir mal los. Oh, der war schon so fester. So festgeschlagen ist aber nicht gut. Ach, jetzt liegt der in der blöden Kante. Toll, ich spiel nicht mehr mit. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Oh Mann, das ist doch nicht meine Map. Ich werde doch nicht Erster. Der hat mich vertan. Das ist das erste Loch. Bleib mal locker. Du musst auch nicht immer direkt da reinsteigern. Ach, bumm, direkt wieder rausgeflogen aus dem Loch. Natürlich muss man sich da reinsteigen. Du bist ja auch so ein entspannter Sport. Du musst da erstmal runterfahren. Nee, spür ich nichts von. Nee, spür ich auch nicht. Das ist das, ich schwebe in der Luft. Ja, der baut die jetzt gerade auf. Die Map ist ein bisschen mehr. Die Webs werden hier live gebaut, gerade für uns. Gar keine. Da sitzt einer, der baut jetzt für uns gerade. Genau, ne, also, wir sind auch begeistert, quasi. Ach, nee. Ich weiß nicht. Oder spielt sie nicht. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, dass ich nicht schräge hauen muss. Nicht gesagt, dass immer alles gut ist, was ich mache. Meistens nehme ich genau nicht. Interessant. So knapp dran vorbei, sein Ernst. Ja, puh. Zack, so ne, er wieder weiß, mit Lupfer. Ja, easy. Jetzt baut der Kollege wieder die neue Map. Der macht das relativ schnell, muss man auch immer. Er macht dann auch schnell. Was ist das denn? Ach so, der hat doch noch was hingebaut. Ich dachte schon. Nein, zu langsam. Ja, naja. Ich warte hier. Das war nichts. Ich weiß keine Collision hier anders. Nee, Collision ist aus. Mach die an. Nee. Die ich nicht optimal. Naja, dann eben in drei. Das ist okay. So ein Quatsch mit Soße hier. So, da wird wieder gebaut. Ja. Zack, zack, zack. Krass, sieht gut aus. Sehr schön. Nein. Nein. Verschrieben. Schade. Jetzt kommt das Winter Wonderland. Welcome to the Winter Wonderland. Okay. Okay. Die will doch aus. Okay. Pass auf. Ach du Scheiße. Gut, das geht so nicht. Der war besser. Okay. Das sah aus. So, das wäre doch die Lösung. Nur noch verwandeln. Ah, ein bisschen zu weit nach rechts. Schade. Ah, da fiel. Oh, ja, genau. Wo bist du? Machst du da. Da liegst du aber ungünstig. Würde ich nicht so machen. Kannst du mal die Rückbande genauso. Könnte es, aber ja. Ist mit dem Eis. und in dem Spiel mit Bande Perspektive immer nicht ganz so einfach. So. Kommt diesmal. Also relativ. Eigentlich sehen die so simpel aus. Also sind halt ein paar fiese Stellen mit drin. Sehen so unspektakulär aus. Aber das war jetzt mal ein Huckel und ein Hüpfer. Ach du Scheiße. Ja. Er macht dasselbe. Ich wollte mal gucken, wie es sich anfühlt. Ah, jau. Ah, über das Loch gesprungen. Scheiße. Och nee, jetzt bin ich aber sauer. Bist du echt da oben liegen? Hä? Ja, boah. Er sagt so genau aus Spitzig. Er ist ja unterwegs verreckt. Wie war das mit der Sache mit dem Glück? Ja. Das habe ich gemacht. Was ist deine Superkraft? Ich habe Glück. Ich habe das Glück angemacht. Wie nennt sich dein Schied? Ich merke gar nicht. Ich merke gar nicht nicht. Äh, ist jetzt am 5.15 da lang, ne? Ja. Okay. Perfekt. Was da? Na, jetzt sagte. Wie ist optimal? Nein, oh nee, das sollte also, ne. Einspruch. Ja, jetzt ist es leer. Oh, ho, 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 ho. Genau. Ich bin schon wieder da drauf. Zweite Mal. Uh, der war knapp. Ey, was ist das? Was machst du denn? Du musst in das Loch, PC. Oh Mann, lass mich. Du musst schon da drüber kommen, dafür. Ja, aber ich bin immer rüber gesprungen. Genau so. Guck mal. Ihr gebt mir jetzt so auf den Sack. Ich hasse euch. Ich hab heute auch mit dem Gefühl ein Problem, aber. Jetzt wird man sich nicht schon selber aufregen, oder? Dann kommt ihr mit so einer Kacke. Ey, dann versucht ihr nur zu helfen. Dafür sind wir da. Man muss ja jetzt auch nicht irgendwie jetzt hier. Genau, helfen nennen sie das. Hilfen. Ja, hier kann man auch nicht recht machen. Nee. Oha, Toto. Oh, now then one. Da war ich nicht fest. Oh, der Wacken. Oh. Die war easy. Der Toto einfach. War da gut gemacht. Ja, gut gemacht. War da gut gemacht, auswuchsweise mal. War da? War da einfach mal gut gemacht. Oh Gott. Ja, nee, ist klar. Was baust du denn da? Ja, ich will mal nicht. Was ist dagegen? Dann da oder da? Dann ist er an der Ecke, wie Toto. Kann ich jetzt eigentlich hier drüber hüpfen, bis ins Ziel? Ja, perfekt. Theoretisch kann man nicht. Ah, ja. Ja, kann man aber liefern. Toto wieder weiß ich. Oh, der war Knapp. Ja, das habe ich gut drauf. Ah, drüber gebaut. Die Kante hüpfen. Nee, was ist das? Ich mache die 100 wieder voll. Gut, dass ich das schneide. Ich schneide die Ansage raus. Hier könnte man theoretisch auch wollen und schaffen, glaube ich. Ja, nee, 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 nee. Das wäre zu schwierig. Jetzt gleich packen. Wie denn? Wie ist denn Ansatz? Ich probiere es aus. Nee, hier sogar schräg rüber, aber das ist der Winkel passt nicht. Nee, nee, das passt nicht. Du könntest höchstens schräg rüber versuchen, um... Ah, okay, du bouncet, der, du bouncet hüpfst, aber wie sonst? Oha. Ja, nee, vergiss es. Ich probiere es aus. Ich habe ein Problem. Oi, okay. Oh, fast. Oh, fast. Äh. Nicht gut. Naja. Juhu. Ja, super. Da kannst du. Hm. Ja, super. Ja, super. Ich hab schon parallel drüber gebaut und so schön aus. Oh, schon wieder. Nochmal. Sag mal schön aus von meiner Warte aus, sah wirklich gut aus. Wow. Acht Schläge. Zehn nur. Sieben. Alles nicht so in Erinnerung. 50 Mal versucht, da über die Bande rüber zu kriegen. Oh, der Jade Tempel kommt jetzt. Jetzt geht ab. Pass auf. Schönen Rasen hat er auch verlegt, ne? Boah. Schon schön hat er nicht, den er hier verlegt. Okay, der Staat ist ja schon richtig mies. Ach du Scheiße. Ich hasse ihn. Genau deswegen. Ich hasse ihn. Ja. Hier passiert dasselbe. Perfekt. Es kommt schon ins Gehen. Lass mich raten. Hinten ist auch keine Bande. Das waren doch. So, das haben wir jetzt nur noch. Deiner Loch. Sagt er so, weißt du? Was war so? Oh, vier. Mach das auch. Ja. Wenn man einmal sie im Plan gefasst hat, dann muss man ja nur umsetzen. Oh, okay. Wusste ich nicht. Ich kann natürlich vorüberlegen, wo man ihn schlagen möchte. Nur mit eure geheimen Informationen hier. So. Werteilen wir ja mit dir. Aber dann wird man ja wieder angemeckert. Bei uns immer zu spät. Immer zu spät. Weil es immer zu spät ist. Das sind ja grundsätzliche Regeln. Die gelten ja immer. Das ist nicht zu spät. Ja, weil ich hab noch Alzheimer. Oh, da können wir ja noch mal nichts dafür. Es kam ja auch noch nicht der Tipp, dass ich mir das merken muss, was du mir erzählst. Ja. Ah, die Kacke. Du solltest auch noch atmen. Und zwei Zeilen immer um. Auch noch. Tatsächlich easy. Es wird so viel. Ja, war so. Ich war noch beim ersten Mal zu dumm. Ich war erst drei Mal zu dumm. Ja, alles noch machbar ist noch machbar. Alles hole in one und setzt dann nicht. Aha. Easy. Okay. Perfekt. Pass auf, du haust da hinten gegen. Und dann bist du fast da. Bisschen fest. Bisschen fest. Das ist ja nicht mehr drin gewesen. Machst du so? Und dann ist es drin. Auch easy. Aber gut mit Lack, das kann halt nur spezielle Arbeiten. Es ist auch einfach gewesen. Ah, na na na. Ich muss schon mal sagen. Easy. Perfekt. den winkeln dann zack zack und da muss ich noch also ich habe da gesehen war noch da war ein bisschen zu vorsichtig da habe ich mich ausgeschrieben steht hier auch mein notizblock fester machen und dann steht da drunter nicht so fest zu spät alter janni ist klar und bei uns bei uns okay könnte ich lege mich hier nicht rein ich hasse mein leben nein man sieht gar nicht wie man schlägt hier mein winkel ist aber auch hier grandios ich mache nur noch trickshots so ich spiel kann jeder pass auf du musst hier hinten genau so dadurch und ein bisschen fester dann bist du da ja genau so perfekt und macht nur kacke so knapp dran vorbei letzte chance vorbei auf drei löcher noch wird noch was gutes hier das kann ich euch auch erklären da kann ich mich profi drin ja zwei minuten später spielt die raste völlig aus also so 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 stehen ja ist so einfach mal schweigen weißt du ja eigentlich nicht ach du kacke dann einfach so darüber und das war eine perfekte kante das war richtig gut ich festgekommen wenn er drinnen wird und nein was habe ich getan ja da liege ich jetzt natürlich super zu wenig kraft und sehr gewesen ich habe aus Versehen den ball geschlagen ja wieso aus Versehen den ball geschlagen hat das ständige spiel also angestuppst noch bevor ich den angehoben habe den schläger und ich lag vor dem loch und habe es nicht reingeschafft läuft auch das hole in one map zack 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 und drin also mit dem nächsten leicht eventuell und ich bin zu doof dafür habe ich verliessen ich war ganz ich habe meine nicht alles vergessen perfekt super passiert auch mir mal was anstecken so letzte loch immer alles immer jetzt wird hier noch ein schloss gebaut aber ich erreiche gar nicht die hunde hatte der war ja fast gut gespielt von mir oh der hügel der irritiert mich mach mal lieber langsam der ist fies an der stelle na nicht so weit nicht so so den letzten schlag genießen zack das war es dann auch das war es schon wieder spiel tatsächlich mit zwei liebe leute macht es gut bis zum nächsten mal ja also ihr müsst andersrum gucken ihr habt das noch nicht so ganz verstanden also der untere hier ist der erste ähm der toto ist zweiter und der p hat es halt ja nicht so gut hinbekommen spezi weg eins kann festhalten da sind wir uns alle einig du hast die meisten punkte richtig so spiel sind reiter spiel sind reiter punkte mäßig ist der spezi dort statt perfekt in diesem Sinne war's gut bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal